Das ist ein krasses Setup für Wukong. Es gibt nichts, ne? Der Champion ist einfach shit. Der ist überhaupt nicht shit. Der kann jetzt zweimal ulten. Warum kannst du zweimal ulten? Weil du die Patch-Notes nicht liest, deswegen. Ne, lese ich auch nicht. Was kannst du denn jetzt? Der Klon ultet und kloppt mit mir mit. Das heißt, ich ulte mit der Mube und dann double-ultest du? Ja, aber nur der Knock-Up wird kopiert. Aber der Damage aber auch, glaube ich. Also das Traum-Szenario ist, dass ich ohne W reingehe. Sondern ich gehe mit dem E rein und dann mache ich W-Ult. Das ist quasi the dream. Storte ich jetzt mit dem W bei Wukong? W wie Wukong? Oder trotzdem E wegen der Attack-Speed. Aber W ist wahrscheinlich richtig gut jetzt, oder? Das W macht ja mit, ne? Das ist nur eine Sekunde, ne? Ne, 3,25. Was habe ich denn jetzt als Rune genommen eigentlich? Ich spiele Conqueror, Momo. Ja. Hab ich gerade einen Flash gehört? Ja, war ein Nautilus-Flash. Warum? Machen W E, okay? Dann können wir ja wenig falsch machen. What the fuck? Ich spiele Ignite, oder? Das ist so ein Ignite-Mensch, das spüre ich. Ja. Fortgesehen hat das ein ekliger Eklige. Ja, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, du machst das gut. Scheiß. War der jetzt? Jetzt killst du dich. Wo bist du denn? Ah. Oh! Das war actually gut. Was, der überlebt das? Ne, ne, ich habe einen 2 Sekunden Q. Und ich bin einfach der Snipe-God. Nein! Okay. Let's talk about that. Oh, scheiße. Guck mal, ich vermöbel die beide. Hey, hey, hey. Ich will die nicht nehmen, ich wollte die nicht nehmen. Ja, 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 ja. Johnny, Johnny, die Erfahrung, die Erfahrung, die Erfahrung. Was sagt sie? Na gut, die Erfahrung, die Erfahrung ist, die Erfahrung, die Erfahrung. Das Duell der Tiere. Maxi Markov. The Animals. Gegen Elise. Gegen Leichtheer. Maxi Markov lauert weiter. Jetzt gibt es die Chance. Elise, bitte pacecheck. Oh, wunderschön. Den zweiten Kloner hauen drauf. Der Cocoon trifft allerdings. Ist es der Echte? Ist es der Falsche? Keiner weiß es, wer dessen... Oh, no! Oh, Gott, wir getraint. Wir getraint. Wir getraint. Ne, Rios wurde gesaved. Still going. Ich habe nicht gesehen. Still going. Da war der Kommentar schon raus. Why are you running, Seth? Ich bin nur noch am Leben. Kommst du? Nein. Kommst du? Ich bin top. Ne, ich meine, ich habe gar nichts. Oh, was ist das? Scheiße, jetzt kommt die Irilla. Wir machen den klassischen Level 5 Kink. Der Don Weigert sieht es trotzdem nicht, oder was? Stark, Stark. Okay, das ist der beschissenste erfolgreiche Gang, den ich jemals gesehen habe. Das Gute ist, dass das W mittlerweile einen Dash hat. Das ist mega gut. Dieser kleine Mini-Dash macht so viel aus, finde ich. Hier sind zwei. Hier sind drei. Ich habe immer noch kein Mana, Bro. Ist egal, ich mache dir alle. Now I'm coming. Oh, da kommt ein Theron. Wieder die Bombo-Kombo, du. Brode, kannst du mal deinen Arsch bewegen? Hey, hey, hey. Ich fighte hier gegen drei. Ich ulte drei. Und ich komme. Komm mal. Ich muss gerade noch den Blue Buff machen. Hm, ja, kein Stress. Oh, die dive ich jetzt. Das wäre so schön gewesen, Maxi. Ja, Johnny, ich wurde leider betrayed. Du wurdest den? Von wem? Von Blue Buff? Ja. Ich verstehe deine Prioritäten. Ich habe eben überlegt, ob ich dir den Blue Buff steal, als du meintest, oh, ich brauche gar nicht so viel Mana. Ich brauche wirklich nicht mehr. Und dann habe ich es nicht gemacht, weil ich mir dachte, nee, komm, Maxi und ich, wir sind heute eine Einheit. Johnny, ich habe doch, ich, pass auf, jetzt bin ich da, okay? Hilf dir mal beim Dschungeln, ne? Damit du nicht so oft betrayed wirst. Du bist ja unten, das ist nicht gut. Okay, Maxi, wollen wir ja einen neuen Versuch wagen? Ja, ich mache jetzt noch Red. Könntest du, weil ich mich hier rein tippe? Wenn dein Satz jetzt wieder beginnt mit, du machst noch fünf Camps. Ich mache noch Red, also Red ist wirklich wichtig. Und dann habe ich Ultimate. Na gut. Okay? Ich mache dir ein Enemy Red. Ja, ich komme jetzt, komm. Ich bin jetzt wirklich bei dir. Du bist beim Red. Ja, aber ich meine, ab jetzt bin ich nur noch bei dir. Ich glaube dir nicht. Du hast mal eine Krabbe genommen, ne? Toll, das kann man. Also, Blue Buff. Warte, wir sind geduldig. Nein. Vertraust du mir? Ich, noch. Doch, doch, doch. Du musst mir vertrauen. Du musst mir vertrauen. Die sind alle da unten. Ja, aber die Elise, die mag ihr. Die Elise auch da unten. Du bist naiv. Ganz, ganz intim und einfach direkt und wir beide. Komm, wir machen die Raptoren. Okay, also los. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier, bleib hier. Zeig dich nicht, zeig dich nicht. Die machen jetzt den Drake. Wir können ja alle beim Drake töten. So, die machen den Drake. Shit, ja, auf geht's. Na toll, das ist so langsam. Egal, komm, go. Ich komme hier ran. Oh, der kommt ran. Ja, ja. Ja, ja. Grafst du's? Ja, sieht gut aus. Wo bist du? Ich bin, ich bin hier unten. Scherz. Ja, gut, okay. Ich habe nicht gedacht, dass die Drake machen. Wenn wir da hingehen, da hat das Team teilweise schon recht. Hm, teilweise. Das wäre schon ein guter Play gewesen. So, ist die da alleine, ist die Frage. Also, Midlane waren zwei, aber die kommen jetzt runter. Schön, dass Nautilus. Wird sich da reinschicken. Hast du ein Wort? Hast du ein Wort gesehen? Ich zweimal unten. Hast du ein Wort? Hast du ein Wort? Nee, also, ja, doch, ja. Ja, das sind aber tausend Minions, leider. Ja, ja, die waren halt immer nicht da, als ich das erste Mal schreibe. Huch. Ja, still going. What? So. Ja, vielleicht einfach noch Bonner, einfach noch drrrr. Meinst du, soll ich das Ding steal? Ja, steal. Nee, ist das. Ah doch, du kannst über Nautilus eben. Oh, fuck. Ich würde jetzt auf Nautilus eben sagen, dann smipen und dann halt raus vielleicht. Ja, das stimmt, das war ja eine gute Idee, ja. Wie wollt ihr da oben hin? Ich habe so ein Gefühl. Dass ihr unbedingt da oben hinwohnt. Guck mal, Jet. Bantuan ist unterwegs, Bantuan ist unterwegs, Rakan ist unterwegs. Alle bitten um Hilfe. Der Jet ist aus bei mir, Inge. Guck mal, wie viel Zeit ich jetzt verloren habe. Waste of time. Ich hätte jetzt Bottling rauspushen können. Ich habe schon die bessere Map-Awareness als ihr. Da kannst du jetzt wirklich niemanden für Flame, Alter. Ja, ich werde wirklich unneinbar sein sollen. Jungler ist tot, das heißt, ihr habt genau die gleiche Chancen wie die Gegner. Ja, dann. Die kommen jetzt, die kommen jetzt. Bist du bei mir? Ja. Bist du bei mir, oder? Ja, ich bin bei dir. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Ich kenne den Busch, wenn es so aussieht wie One vs. Five. Okay, du bist hinter mir, ne? Ja, irgendwie. Okay, das war ein Treffer. Oh ja. Oh, aber die wird das nicht schaffen. So, ich kann ja nochmal ulten, das ist das Gute. Aha! Da geht noch mehr, ich habe noch ulten. Ich brenne leicht. Oh, ist okay. Leichte Verbrennung durch die Ignite-Irie, ja. Wie komme ich jetzt hier in die Base? Oh, lol. Ich habe einfach W gedrückt und dadurch kam ja so und so. Weil ich habe W gegen die Wand gemacht, das war sogar eine Message. Boom, KS. Okay, ich flasche jetzt rein und ulte. Bist du ready? Jetzt sterben wir. I don't want to die. Okay, da will ich aber schon sterben. Ja, oh, das nehme ich. Oh, ja! Oh, tschüss. Ah, scheiße. Aber Wukong ist geil. Alter, ist voll. Wukong ist geil, sagst du? Ja. Von der Skala von 1 bis 10, wenn der alte Wukong eine 5 war. Das ist ja eine dicke 7. Das ist ja eine dicke 7.